Guten Morgen, wie Herr Dr. Weinschenk schon gesagt hat, ich komme aus München, wie man an der Sprache unmissverständlich hört. Mit München verbinden viele von Ihnen hier, ich durfte voriges Jahr schon mal zur Augendiagnose sprechen, Vorstellungen vom Frauendom und den Bergen, auch noch vom Oktoberfest, das ist das, was auch noch sehr bekannt ist. Das nächste ist dann Schloss Nymphenburg, unweit von der ich seit 40 Jahren eine Praxis habe, wo wir dann gleich wegen der Bienen zu sprechen kommen. Ich bin Heilpraktiker und nicht zwangsläufig Präsident der Weltgesellschaft für Augendiagnose, sondern einfach, weil ich mit Begeisterung betreibe. Ich habe die Heilpraktikschule 1970 besucht, also bin ich nicht schon lang tätig, drei Jahre Schule, habe dann sechs Jahre, wie man früher das gesagt hat, umherziehen gelernt, also bei den verschiedenen Heilpraktikern von München, Bad Tölz bis Aurich, was die weiteste Stelle war. Ich war übrigens auch in San Diego bei einem, aber das war das deutschlandweiteste Aurich. Ich bin am Schluss Schüler von den berühmten Josef Anger waren, der als Präsident der deutschen Heilpraktiker, Sie sind alle Ärzte, das nur am Rande, das Heilpraktikgesetz in seiner Form mit bewerkstelligt hat. Der aber auch ein Urgestein der Naturheilkunde war, er war mitbegründete Erfahrungsheilkunde in Ulm, bevor es dann nach Baden-Baden gegangen ist und die Heilpraktiker und die Ärzte nicht mehr zusammenarbeiten durften von der Standesorganisation, das war 1956, war aber auch Begründer der Zeitschrift, der Erfahrungsheilkunde zusammen mit Rilling, mit Hunnecke, war er enger Freund von Hunnecke, dadurch konnte ich den auch noch kennenlernen. Anger war also ein Priester, katholischer Priester und hat die Augendiagnose betrieben, war auch Neuraltherapeut, Chiropraktiker und hat sehr viel für Phytotherapie geforscht und auch veröffentlicht. Das ist seine Topographie, ich möchte die Gelegenheit nochmal benutzen für diese Methode, die keine Augendiagnose oder Ihres Diagnose wie man früher gesagt hat, mehr ist. Wenn Sie sehen die Unterschiede, war Anger einer der ersten, der die Adnexe der Augen mit dazu genommen hat, Konjunktiva. Sie sehen die unterschiedlichen Formen, wirklich kann man empfehlen sich damit auseinanderzusetzen. Anger hat es dann auch genannt, ich sehe einen Doktor, der ja als Nachfolger von Dr. Maggraf in ihren Kreisen die Augendiagnose oder wie es heute nehmen oft Talmudrobe Phänomenologie weiter betreibt. Das ist nämlich viel besser, denn was machen wir? Wir machen ja keine Diagnose aus dem Auge, sondern wir beobachten Phänomene und werten die praktisch, also oft Talmudrobe Phänomene und machen dann mit einer Anamnese eine Diagnose, die ich halt wirklich nur jedem empfehlen kann. Die Methode ist halt mit Dank Elektronenmikroskopen so wesentlich besser als früher mit der Lupe, auch viel besser reproduzierbar, aber das Interesse ist leider nicht mehr so groß. Darum werbe ich auch bei Ihnen, nicht für mich, sondern für die Methode, weil bei den Heilpraktikern bei meiner Berufszunft, ich glaube auch bei Komplementärmedizin, die Gerätemedizin doch mehr zunimmt. Wir schwingen überall hin und wir schwingen von den Engeln über die Bengel bis zu allen möglichen, was wirklich gut ist, aber wir sollten schon bei unserem Handwerk bleiben und darum der kurze Hinweis. Jetzt werden Sie sagen, wie komme ich eigentlich dazu, dass als Heilpraktiker jetzt über Bienenprodukte sprechen. Nun, Ihr Vorsitzender, Herr Prof. Wander, hat gesagt, ich soll einmal, nachdem ich von der Firma her schon, ich habe 1984 durch Zufall, wirklich Zufall mit drei Kollegen eine Arzneimittelfirma übernehmen müssen, weil wir sonst das gute Präparat strophaktiv, das Sie alle kennen, nicht mehr verordnen hätten können. So ist meine Karriere als pharmazeutischer Unternehmer entstanden. Nach seinem Examen hat dann mein Bruder in der Firma eingestiegen, die zwei Kollegen sind irgendwann ausstiegen, irgendwann 1986 haben wir die Firma Sankt Hansa gegründet und haben dann irgendwann einmal den König in den Drang, den ich durch sämtliche Assistenzstellen immer wieder gesehen habe, den kennen Sie vielleicht, der Produkt, das es seit 1953 gibt, 1989 dann übernommen, einfach deswegen, weil dieser Vertreiber nicht mehr gekommen ist. Wir haben uns dann erkundigt, was mit dem Produkt ist. Das wäre weg, er ist gestorben, die Witte wollte nicht weitermachen und so hat mein Bruder damals den Hersteller aufgesucht und wir haben das übernommen und haben das dann, kann man sagen, wissenschaftlich auf beste Beine gestellt in den alten Jahren. Dass man sagen muss, der Kontakt ist schon mal von mir als pharmazeutischer Unternehmer gewesen, das ist aber nicht allein. Bienen sind seit Menschengedenken, wenn wir sehen, werden ein faszinierendes Wesen, von dem alle Menschen immer begeistert sind. Die Wespe ist bedrohlich, die Hummel ist so halblieb, die Hornis ist ganz bedrohlich, während bei der Biene ist nicht erst seit der Biene Meier, sondern überhaupt etwas Positives besetzt. Das ist ja eine große Heilwirkung. Und das Bienensterben, da muss man so sagen, die Bienen kamen dann etwas in Vergesslichkeit, bis immer mehr vom Bienensterben die Rede war und man dann gesagt hat, okay, da ist alles Mögliche schuld, eine Milbe. Aber letztendlich wurde das Interesse an den Bienen wieder mehr bewirkt durch diesen Film. Mohsen Hanni, ich mache hier einen kurzen Trailer, den man kurz übersetzen kann. Ein Film, den Sie nicht gesehen haben, Sie unbedingt sehen sollten. Wie alles Gute kommt natürlich, das sind die Bienen in Amerika. In Amerika wird das alles mit Drax verfahren. Und da ist auch das große Bienensterben angegangen. Wie alles Gute kommt bei uns als Anwohner. Und dieser Film zeigt mal die ganzen Missstände auf. Werden Bienen also mit Drax verfahren und werden dann am Schluss getötet. Etwas, was ein Unding ist, wenn man das jetzt auch gewiss aus der ethischen Sicht sieht. Das ist wieder der Schweizer. Und das sind die großen Bienensterben, das wirklich gigantisch ist. Das aber nicht nur von der Milbe ausgeht, sondern meines Achtung mit Elektrosmog, mit den Kondensstreifen, mit vielen. Ich sehe gerade Herrn Dr. Klinger, der seit Jahren das predigt. Meines Achtung geht da das Bienensterben aus. Hier werden sie gespritzt. Hier werden sie vernichtet. Er sagt, sein Großvater wäre todtraurig, wenn er sehen würde, dass... Er hat vorher gesagt, das sind 600.000 Dollar Umsatz, das er mit seinen Bienen macht und dass er die hinterher töten muss, ist halt einfach... So schaut es aus, wenn es die Bienen nicht mehr gibt. Das ist in Asien. Der Satz kam mir drin vor. Einstein hat gesagt, wenn die Bienen eines Tages sterben, wird vier Jahre später auch die Menschheit sterben. Einstein war ein großer Mann. Ich glaube, wenn wir das so betrachten, ist das wirklich so. Aber ein weiterer Punkt kam. Ich habe also beruflich dann immer mit den Bienen zu tun gehabt und habe dann irgendwann einmal durch 2011 mir gesagt, ich will einmal wissen, wie das wirklich ist mit den Bienen. Und habe also jetzt in meiner Praxis einen Bienentraum, das haben wir dann getrieben, das ist Nymphenburg. Unweit dessen ist meine Praxis. Mitten in Nymphenburg, der Praxisgarten. Und habe mit drei Bienenvölkern begonnen. Inzwischen haben wir elf Völker, die wir nicht für die Firma hernehmen können, aber wo wir das wirklich erleben, wo wir auch... Mein Sohn ist in der Praxis mit als Arzt, wo wir Experimente machen, zum Beispiel mit Bienensterben. Dass Sie das einmal sehen. Das sind also glückliche Bienen. Effekt ist, dass wir haben jetzt das dritte Jahr. Effekt ist, dass man sieht, dass in der Großstadt das Propolis, das Chilet Royal und der Honig wesentlich weniger umweltbelastet ist, als wie in meiner Heimat zum Beispiel. Ich bin geboren in Niederbayern und habe mir immer gedacht, Bayerischer Wald, das ist also wirklich, ich weiß nicht, ob Dr. Wolitschik da ist. Da ist noch die Urkraft. Aber das ist alles kontaminiert. Honig, Propolis, Kittarzt wunderbar. Aber es reagiert unwahrscheinlich auf Vergiftung, also auf Schwermetalle. In der Großstadt besser. Warum? Da ist der Schlosspark in der Nähe. Es gibt keine... Es wird nichts gesprüht in der Großstadt, weil die Gärtner nur Blumen haben und nichts machen. Und so dass wir hier glückliche Bienen haben. Es wird also mit geräuchert. Dann werden die Waben entnommen. Das ist mein Sohn. So schaut so eine Wabe aus. Unglaubliche Vielfalt beruhigt und wahrscheinlich kann es Ihnen nur empfehlen. Sie sind ja hier in Thüringen. Ich gehöre natürlich seit vier Jahren auch zum Imkerbund zum Deutschen. Und da sehe ich, dass also in den neuen Bundesländern, dass Bienen sehr stark vertreten waren. Also hier ist viel größere Kultur als bei uns in Bayern zum Beispiel. Ja, so sehen Sie eigentlich die glücklichen. Hier ist eine Entdeckelung, nennt man das. Das ist dann etwas, was man als Kau... Das kann man als Kauwachs hernehmen auch. Hier wird der Honig geschleudert. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur für uns, dann gibt es den Honig. Ja, von jeher war Pythagoras hat schon den Honig...